Mein Schiff 6. Irgendwo vor der See. Wir haben heute den 15. Juli 2023 und ihr habt dafür abgestimmt, dass ich euch noch mal mitnehmen soll in ein Tag als Schiffsruhe. Ich bin Melanie, ich bin hier an Bord der Fotomanager, das heißt also ich manage das Foto- und Filmteam, fotografiere aber auch gleichzeitig ich selber noch. Wir haben momentan 8.48 Uhr und ich muss um 9 Uhr in der Fotogalerie sein. Da bin ich nämlich mit Gästen verabredet und da zeige ich euch mal unsere Tagesaktion heute und was dann so zu tun ist am heutigen Tag. Heute ist Seetag. Wir sind unterwegs im Ostsee-Baltikum-Gebiet und Seetage sind immer die Tage, wo wir am meisten zu tun haben. Aber wir haben heute keine Hochzeit, die hatten wir am ersten Seetag schon. Heute ist der zweite Seetag dieser Reise und deswegen ist der Seetag heute immer noch sehr durchmischt, was die Arbeit angeht, aber relativ ruhig und ich nehme euch einfach mit. Ich brauche als erstes meine Musikbox und mal einen Kaffeebecher und dann kann der Tag starten. Frühstücken war ich schon. Ja, frühstücken war ich schon und es kann direkt losgehen. Auf geht's! So, das ist gleich auf der Mindshiver 6 unsere Fotogalerie. So sieht das aus. Schön hell und gemütlich und dann gehen wir mit uns. So, draußen sitzt gerade schon ein Gast und sie möchte die Phasen in unsere Seekarte eingepüncht haben und das mache ich jetzt einmal. Das ist unsere Seekarte. Die zeige ich aber gleich nochmal, wenn sie gedruckt ist. Und das speichern wir einmal. Genau, unsere heutige Tagesaktion ist, dass die gestrigen Seekarten, die gestern bestellt wurden, das ist nämlich nicht die heutige, sondern die gestrige Tagesaktion, dass wir die zur Brücke bringen und der Kapitän signiert die. Und wird immer ganz gern angenommen oder ganz gut angenommen. Und jetzt kommt ja auch schon das Bild raus. Dann zeige ich euch gleich die Seekarte. Dann mache ich gleich noch Abnahme mit der Dame und dann geht's los. Komm mal. Einmal noch, dann kommt es raus. Jetzt. Und so sieht unsere aktuelle Seekarte aus. Das ist die nordischen Meilen, der Kapitän, das gewünschte Bild des Gastes, das Datum und die Reiseroute drauf. So, die Dame ist zufrieden. Und übrigens kommt es immer wieder vor oder häufiger vor, dass ihr mir auf Instagram schreibt, Hey, wie ist das in dem Job? Wie komme ich zu dem Job? Wo bewerbe ich mich? Was muss ich mitbringen? Generell, ich bin nur für das Fototeam zuständig. Für das Fototeam hier, das ist eine komplett andere Firma, wie alle anderen Jobs an Bord. Das heißt, die meisten Jobs findet ihr entweder über Sea Chefs oder wir haben da noch so Konsistenärfirmen, wie auch wir das sind. Und das ist zum Beispiel die Friseure. Das ist Hair Spa on Sea. Die Shops ist Heinemann. Wir sind Cruise Vision. Also, könnt mir gerne schreiben, wenn ihr wissen möchtet, wie kommt ihr an meinen Job. Schreibt mir auf Instagram. Das ist hier nämlich auch irgendwo verlinkt. Dann kann ich euch gerne weiterhelfen. So, ready. Ich habe jetzt noch die Seekarten, die über Nacht gekommen sind, zum Drucken, also ausgedruckt und fertig gemacht. Und jetzt suchen wir mal unseren Kaptein. Jo, ab zum Kapitän. Erste Mal ein Käfsche. Da geht die Arbeit gleich viel einfacher. Und jetzt steht an Büroarbeit. Ja, die Büroarbeit wird wohl nie enden, aber das ist halt ein großer Teil. meines Jobs hier an Bord. Während unsere Fotografen halt dementsprechend viel fotografieren, habe ich halt deutlich mehr Büroarbeit. Aber es ist okay. Ich glaube, ich bin ein Bürotier. Damit kann ich leben. Genau, apropos Fotografen. Die müssten auch gleich hier um die Ecke geschossen kommen. Also, gleich wird es hier voll im Büro. Oftmals bin ich einfach schon ein bisschen eher da, um halt Dinge in Ruhe machen zu können. Oder beziehungsweise die Fotografen sind auf Ausflügen, sind an der Gangway draußen und fotografieren. Genau, also wenn ihr speziell Fragen zu meinem Job als Fotograf an Bord habt, schreibt mir. Da kann ich euch definitiv auch Kontakte geben und euch aufklären oder eure Fragen beantworten. Ja, das ist richtig. Gut, Büroarbeit. Hey! Was wir übrigens auch anbieten, ist die Iris-Fotografie. Und da muss ich auch gleich noch ein paar Dinge fertig machen. Also, die müssen quasi verbucht werden, auf die USB-Sticks gezogen werden oder gedruckt werden. Oder für den Acryl-Versand bereitgestellt werden. Sieht gerade auf dem Display relativ dunkel aus, aber die sind hier definitiv heller. Jo, also das ist jetzt mein Plan. Und um 10 Uhr macht die Fotogalerie auf. Da sind wir draußen beim Verkauf. Ja. So, gerade eine ruhige Minute gefunden. Die Fotogalerie ist geöffnet. So sieht das hier aus. Das ist die Iris-Fotografie. Die haben wir auch aufgebaut. Ich muss immer ein bisschen schwenken wegen den Gästen. Und hier haben wir halt unsere Fotogalerie, die Bestell-Terminals. Und so sieht das aus. Hier folgt jetzt quasi Bilder-Bestellung, Bilder-Ausgabe. Ja. So, okay. Eine Stunde Fotogalerie geschafft. Und jetzt geht's zum Mittagessen, bevor ich dann zwei private Fotoshootings habe. Ja. Ich nehme euch mit. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, wie lebt man an Bord. Das sind Offizierskabinen. Mit Schreibtisch. Und einem eigenen Badezimmer. Klein, fein, aber mein. Und dann geht's jetzt zum Essen. Ja. So ist man als Crew an Bord. Mit so einem Ausblick. Wir haben heute Seetag, ja. Schön, schön. Okidoki. Es ist 13.33 Uhr. Ich habe gerade ein Jubilaren-Shooting gehabt und ein Premium-Shooting. Ein Jubilaren-Shooting, also es ist ein Geburtstags-Shooting. Und ein Premium-Shooting ist ein Bezahl-Shooting. Und jetzt wird es Zeit für ein Nickerchen-Pause. 13.38 Uhr. Und ja, so sieht dann eine Pause aus. Und natürlich können wir in der Pause machen, was auch immer wir möchten. Also wir müssen können auch, ist jetzt halt Seetag, wir können nicht raus an Land. Aber wir haben auch trotzdem diverse Außen-Bereiche, die wir dann auch nutzen können. Zum Beispiel das Crew-Deck. Und ja, ich bin aber gerne auch in meiner Kabine. Ich liebe meine Kabine. Und wir haben hier auf dem Schiff tatsache auch Zugriff auf die Mediathek der Gäste. Das ist nicht immer so. Und tatsache habe ich mir jetzt in der letzten Zeit, also die letzten drei Tage, schon die ganze Staffel von der Schiffsarzt angeguckt. Und, ich weiß nicht, ich bin hin- und hergerissen von dem Film. Denn jeder, der halt wirklich echte Schiffscrew ist, der kann darüber nur schmunzeln. Okay, Pause vorbei. Abenduniform an. Im Shop bin ich heute Abend zwar nicht mehr, aber ich bin die ganze Zeit im Büro und bearbeite Iris-Aufträge, da morgen der letzte Tag der Reise ist. Und dementsprechend müssen die bis morgen fertig werden. Und das ist jetzt so heute Abend ein bisschen busy mit sehr vielen Aufträgen. Ja, auf geht's! Mittlerweile ist es 21.32 Uhr. Wir haben vor zwei Minuten die Fotogalerie geschlossen, die wir gerade zwei Stunden geöffnet hatten. Das waren zwei sehr, sehr, sehr beschäftigte Stunden. Ich habe hier nebenbei noch die Iris-Aufträge fertig gemacht, die USB-Sticks fertig gemacht, die beiden Jungs draußen unterstützt. Und heute ist jetzt erstmal so gut wie vorbei. Ich checke jetzt nur noch die E-Mails, was jetzt noch so reinkam. Und dann gehe ich heute zum Crew-Sale wenden, denn wir haben heute einen Sale nur für die Crew. Im Anschluss ist dann auch noch eine Party für die Crew, da überlege ich auch noch hinzugehen. Und es tut mir leid, liebe Gäste, falls ihr zuschaut, aber die besten Partys sind die, die die Gäste nicht finden, weil da nur die Crew zu dritt hat. Jawoll. Okay, ich melde mich wieder. Okay, Leute, ich habe jetzt das Office offiziell für heute abgeschlossen. Der Tag ist hiermit beendet. Ich gehe jetzt noch auf einen kleinen Absacker zur Crew-Party und dann ins Bett. Ja, das war ein weiterer Tag im Leben als Schiffscrew. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn nicht, ein Däumchen nach unten. Ihr erkennt das Ganze. Bleibt dran für weitere Videos. Kann natürlich nach wie vor sein, dass es alles ein bisschen unregelmäßig kommt. Weil ihr wisst ja wie, ich bin auf dem Schiff. Ich kann hier nicht schneiden bzw. unregelmäßiges Internet bzw. hochladen geht schlecht. Und deswegen mache ich das immer alles, wenn ich wieder zu Hause bin. Deswegen habt ihr ein bisschen Geduld, um nichts zu verpassen. Dadurch, dass es so unregelmäßig ist, lasst doch gerne das Abo da. Das ist kostenlos und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr auf jeden Fall kein einziges Video, wenn es mal wieder was Neues gibt. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.